aber sonst geht es hier nicht weiter oder ja dann müssen wir durch das durch den anderen raum hier ich meine du kannst doch durch die tür gehen aber das war übrigens eine schiefwand mit dem vogel du hältst auch modi komm mal her komm mal her der ist auch hier einfach durch die tür gehen können aber hauptsache man steigt hauptsache man steigt durchs fenster ja also ich gehe mal wieder rein so wo ist jetzt der verdammte platten spieler der mir versprochen wurde er muss hier sein das ist gemein wie können wir weiter wahrscheinlich in dem raum da hinten sie die karton schule es nicht ich renne hier schon mal durch okay gibt es nicht lang hier sind wir wieder für krankenstation willkommen zurück die wachen und müssen vielleicht ausschalten ich meine ich bin derjenige jetzt schon zwei leute umgebracht hat also komm mit den anderen aus muss man ja und du fängst dich an bevor ich da bin so vielleicht eine idee ja gg ja gut vielleicht zeigen wir es diesmal und du rennst nicht vor und machst schon mal ja komm ich meine die leute hier sind ziemlich hirntot aber nicht so hirntot ich nehme den rechten du den linken okay ja dann macht jetzt kommt was der rechte verdammt was fängst du denn schon an das gesagt nimm den linken ich nehme die rechte ich habe aber ich muss auch irgendwie hinkommen du warst doch auch der ist meine fresse ja ich bin aber noch nicht im event gegen gewählt dann geht du jetzt als erstes und ich jetzt zweites ja gut wir positionieren uns die stehen im rücken zu uns deshalb tun sie das netzko so jetzt mach reiz was ist passiert wir kriegen das nicht geteilt hin wir kriegen es nicht geteilt jetzt kommen ach du spritt es die ganze zeit hier auch noch ja die sehen uns eh nicht ja geh jetzt zu dem einen hin und dann so mach sobald so ein ding bist drei zwei eins los na bitte so geht doch ich habe batman arkham asylum gespielt ich kann das mit dem licht ich nicht ich würde sagen ich renne einfach durch geht auch verdammt ich wollte mich gerade noch drucken jetzt geklappt es hätte geklappt ich habe mich doch genug nein hast du nicht ob ich kann aufgestanden aber es hat schneller als schnell für mich drucken konnte verdammt gott und das geld von mindestens einer person in diesem stream ist mangelhaft ja komm durch hier ich bin doch hinter dir direkt jetzt verdammt wow ok alles gut du siehst doch sogar den suchscheinwerfer radius wir sind safe die haben hier achten hier jetzt nicht mehr drauf können sie gar nicht weil das nicht physikalisch nicht mehr dazu in der lage ist den töte ich wie alle anderen nee einen duftest du und er wirkt wenn man ausgucken wir das ding nutzen das licht ausmachen habe ich das überhaupt nicht auffällig oder so aber ja wie alles andere hier wir brauchen nur ein kleines haken oder so das ist wieso komme ich mit den guten plänen und du mit dem schwarzen ja ich habe keine haken es wird bestimmt reichen ja wird es tatsächlich es ist video spiel logik also ja ja dann tust doch dann kommst du ja würde ich wenn ich die tasse angezeigt krieg na toll die kriegt es mal wieder hin und du löst mal wieder den alarm aus das war ja klar scheiße ich kann ich die dinge halten komm hoch ich komme hoch auf dich wird scharf geschossen ja komm ne leider noch nicht sie schießen irgendwie gar nicht sie haben zweimal geschossen jetzt raus hier wo lang renn 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 jeder für sich selbst schnell raus renn 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 jeder für sich selbst aber besonders für mich au nice wir haben es geschafft spiel vorbei wir sind entkommen freiheit auf die dümmste nur mögliche das ist richtig das ist richtig schön dumm gewesen welches der male welches der male ist wenn auch die rohre nehmen können aber was soll es die rohre direkt daneben die schon gebaut sind wie eine leiter die schon gebaut sind wie eine leiter das ist überhaupt irgendwie da raus geschafft haben noch sind wir nicht raus beziehungsweise dass dies überhaupt irgendwie da reingeschafft haben noch sind wir nicht raus sie haben sie aus sie haben alles, was sie haben wir müssen sich vorsichtig sein ich bin nicht alle auf der Seite hier äh komm ich hier hoch so ja in der situation heißt es rennen jeder ist sich selbst der nächste bin schon unterwegs ich bin schon 3 Kilometer weiter tja jeder ist sich selbst der nächste wie sieht das aus jeder ist sich selbst der nächste ich glaube du musst mir helfen gerade muss ich das komm ja schade sehr schade oh ich werde jetzt einfach weiter gerannt wir müssen sich anschauen ja okay so was kann ich ich habe das ging besser als erwartet ich habe Dingens gespielt ich habe hier wer ist das Spiel? Blacktail ja das hilft bloß habe ich keine Schleuder mit dabei dass es halt ein bisschen ja du ich ich habe einen Vorteil ich habe Aragami durchgespielt ohne auch nur eine Person zu töten also ja ich habe ich kann es nicht games was ist Aragami äh Indie-Game so du bist so ein Ninja-Typ der im Schatten durch Level durch muss ist ganz spaßig was sind zwei Stunden durch wenn es zu hoch kommt zweiter Teil ist auch schon raus ist aber gut das schaffe ich den erledige ich kannst es gerne machen ich stelle mich vorbei ich hätte ihn jetzt tot gelassen hätte mich dran vorbeigeschlichen nein ich bin wegen Mord im Knast das heißt das muss sich auch lohnen ok da nicht lang Sekunde kacke wir hatten der mich jetzt entdeckt weil du auf dem Weg sitzt weil du auf dem Weg sitzt offensichtlich das ist schlecht ja ihr habt einen aber nicht den anderen der andere ist mitgegangen mitgefangen oh komm schon und er ist wieder von vorne ich erledige den einen die sind wirklich dumm ich hab schon gab schon nicht legendere Wachen in Blacktail oh oh uiuiui der kommt her Levelgrenzen ausnutzen mach ihn von hinten dann sehr schön next wir bleiben zusammen bitte könntest du aufhören zu sprinten das ist in der Situation nicht förderlich da drüben sind die ich glaub die kommen hier hoch ich hoffe es ne kommen sie nicht gut next Busch bleib im Busch bleib im Busch die gehen da rüber kriegen wir die zusammen hin? nein kriegen wir nicht bestimmt nicht ich kann nicht hin da drüben du machst hier nichts ich könnte ich hätte du machst hier nichts da unten sind noch zwei da müssen wir hin am See ja der eine kommt gerade in meine Reichweite der eine ist in meiner Reichweite gewesen und die beiden müssen uns zusammen ausschalten das ist relativ offensichtlich das kann nur schief gehen ja ich bin schon da so warte ja warte aber wir gehen sie weg 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 und jetzt verdammt was wie ich war nicht in der fucking Sicht ich hab sogar ich hab linke Maustaste gedrückt ok ok ah guter Checkpoint ja die sind fair Moment sind alle anderen tot? cool ok wir machen es wieder zusammen 3 2 1 und jetzt sehr gut 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 als ob die sich die wissen dass zwei Leute entkommen sind und stellen sich zu zweit dort an mit dem Rücken zur die haben schon gehört die haben damit gerechnet dass die anderen 30 waren und vielleicht nicht direkt sterben die haben wahrscheinlich den einen oder anderen schon gehört dann gehe ich runter zur Straße zu der Straße da unten der da die Straße da ja oha äh Jade guck mal hier da weißt du warum warum wir da nicht hingehen da sind viele Leute ja da aber nicht da hinten wir gehen mal lieber hier weiter nein ok den kriegen wir den erledige ich oder ich ich bin unten ja cool und er hat sich natürlich umgedreht verdammt ja hatte ich keine Chance mehr ok 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 take it easy ach du wurdest ne leckte ich dachte ich wurde ne leckte ja natürlich ne der hat sich oben umgedreht einfach so was du ohne Ankündigung verdammt wie viele Köpfe ich bin hier 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 und hier und was ist da nein ich brauche dich von unten ne ne ich mach ich mach schon ich warte bis er sich umdreht was er gleich tun wird ja verdammt das warst du das hat er nicht erwischt bleib doch einfach im Busch du hast du Stealth Game schon gespielt ach Meno ist einfach bleib im gesteckt bleib im gesteckt bis zum ende ich freu mich schon auf 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 Blacktail 2 soll dieses jahr noch rauskommen ja ich hoffe sie machen ein Open World Action RPG draus nein werden sie nicht ich hoffe vor allem die man bekommt noch ne andere Waffe weil das war echt nervig bei dem man sie die ganze Zeit nur diese eine Schleuder das ist halt man konnte halt sich mal ein Schwert schnappen oder mal einen Bogen oder so weiter mal nehmen das war das ist halt einfach jetzt hätten wir so gewünscht das ab und zu mal Oh Synchron Juhu ab und zu mal ne andere Waffe aber der Trailer die die ersten Trailer haben schon gezeigt dass du eine Armbrust kriegst also scheint dass sie das geändert haben Oha Oha die Brücke ja scheint wie der einzige Weg wie lange du denkst du wir hier sind wie lange es dauert dass wir ihn dann fangen warte bis ich auf der anderen Seite oben bin ich warte wenn du ihn in der Morgen dann geht es nicht weit ich werde ihn auf wenn wir ihn fangen erfordert uns zu hier in einer verdammten Sturm wenn du bereit bist ich kann ja 3 2 1 und go das war nicht ganz 3 2 1 aber ok es hat geklappt ja gut ja gut ok wir sind an der Brücke da ist die Brücke jetzt nicht zurück natürlich nicht ja danke für die Hilfe und ich lass dich da stehen jetzt brauche ich dich wirklich nicht mehr ja tüchtig wir sind noch später zusammen mit dem Flugzeug, Gailey, was auch immer sag ich doch ich bin alleine hochgekommen hey jetzt bist einfach hochgesprungen ja wir sollten sich unter den Brücken was? die Kniebeugen haben sich zu hart gemacht ja ich sage wir nehmen diesen Mann ab nimm diesen Fahrzeug über die Brücke was bist du verrückt? du magst die Hölle, Mann oder? ähm die Brücke gehen unter der Brücke durchgehen New Zwick oder Vincent Zwick äh ich würde sagen über die Brücke das ist doch cooler das ist meine Idee, Morty ja, ich weiß gut, dann nehmen wir halt meine hm also ich finde das Auto cooler na dann kann ja nur schief gehen ja, komm, machen wir das Auto willst du, ich glaube, nehmen wir den anderen Weg ich schalte ihn aus oder ich hey hey ich wollte auch mal ich sage dir, das wird funktionieren nur schief in die Brücke und bleib es kann nur schief gehen ich gebe dir Kredite, wenn wir die Brücke crossen beschleunigen und bremsen das kann ja schief gehen voller Gas geben komm, bewege, bewege, bewege schief sie ich bin weg oh Gott let's go das ist so unglaublich unendlich dämlich äh hier ist ein Bus äh ich glaube wir müssen äh äh natürlich hat das nicht geklappt ich glaube das musste passieren ja versuchen wir es nochmal da ging es nicht weiter doch, wir müssen es nochmal versuchen dann gib Vollgas gib Vollgas ich glaube du musst runter du musst von der Brücke jumpen ja, gib Vollgas ich gebe Vollgas über da aus der Weg jemand schiebt ihn aus der Weg aus der Weg hold on hier lang oh scheiße durch den Walz ja oha genialer Plan nice Respekt dafür aber wir haben es geschafft Lachen liebes es hat geklappt irgendwie epic wir spüren jetzt beide nichts wir unterhalb unseres Gesicht sahen es hat geklappt scheiße das sind die Hunde die Hunde ey ich habe meine Zeit im Knast mit Training verbracht ihr habt keine Chance gegen mich ups oh trust me ich habe irgendwie einen anderen Weg als du kann das sein ja ja ich glaube ich sehe einen Knopf vor der Hand hurry auf die Hunde die Hunde und so was wirklich au ja und das bin ich scheiße offensichtlich scheiße 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 ich mache hier den übelsten Action weg ich habe die Hunde geboten ich habe die Hunde geschissen äh gebissen ja und ich habe irgendwie den übelsten jump gemacht los nimm nein greif mich verdammt hat geklappt ich glaube da unten da kommen die Hunde nicht mehr hinterher ne ne oh shit dammit ne fast gehabt ja ne ich meine die Hunde hat mich im Arm komm 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 okay ich frage gar nicht erst hey hey just tell him this is the deal you either take it or don't got it he says no it's too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen harby harby i need to talk to you wait got it it's important you need to hear this what's up take the deal or stop wasting my time all right yeah uh huh what's up leo busted out of prison what i just got the call isn't he supposed to be dead a guy fucked up got himself killed by the guards good for nothing piece of shit sorry boss look sean you need to find him okay yeah but i'm not sure the men we have right now my problem you just need to find them you got it i don't give a fuck how just make it happen yes boss so you decided yes price down or no deal okay no deal oh ha uh that's that's what's up und leute klatt machen wenn er Geld hat ist das egal schön hier hm verdammt ich habe auch das verdammte, was wir zurückgekommen haben ich würde sagen, ich habe es gefehlt, aber ich habe es definitiv auf jeden Fall, lass es gehen wir sollten etwas finden Mann, ich sterbe von Bergdorf wunderschöne Landschaft wir haben wohl irgendwo übernachtet das ist Tag wir müssen in der Nacht gefroren wir haben irgendwo übernachtet hm, Wasserfall ups, gehts rüber ja ja, hier kann man in der Landschaft irgendwie gar nichts machen aus dem Land laufen ja ja, die Landschaft ist schön genug ja, komm du hast es? ja, ich habe es warte, warte, warte Leo da ist ein Camp da ja aber es sieht aus ja, du bist wahrscheinlich richtig das Feuer brennt noch das ist nicht verlassen hm die beiden sind ja irgendwie ja wir haben noch beim Knast den Hörn abgenommen ja, ich glaube, wir haben beide den Kopfschuss überlebt ja ja du hast noch einen Camping, Vincent? ein paar Mal, als ich ein Kind war du willst nein mein Uncle und du magst es? ja wer will sich außerhalb auf dem kaltes Hörn das Wasser sehen echt gut aus oh, wir können Wasser spielen alle schlafen in einer 9x5 mit Bars ja du hast das richtig äh, ja, das ist um die Fische zu scheuchen wild animals bugs okay, ich geh von der Seite du von der anderen wir müssen beide einen Fisch fangen ja, spritz das Wasser was soll das bringen? ja, die Fische die du da vielleicht im Wasser siehst ja, aber die kannst du scheuchen und dann kommen sie in deine Richtung und kannst du fangen oh, verdammt ich hab auf dich geguckt was soll das bringen? wir sollen einen Fisch fangen verstehe ich nicht ganz ich glaube wir müssen irgendwas anderes noch machen ich guck erstmal nach dem Feuer ich planche hier weiter rum das sind sehr schnell trocknende Hosen das sind sehr schnell trocknende Hosen mhm ach, ein Speerschnitzen Mensch ja, das würde helfen ja das würde helfen das hätten wir auch ein Schnitzen vielleicht fast da ich muss einen beğenbogen Marines ich muss einen beğenbogen Marines ich muss einen beğenbogen Marines ein beğenbogen Foods nur ein wenig mehr okay, Feuerholz Ich sollte da etwas Feuer holen können. Ich habe einen Fisch. Cool. Ich mache das Feuer an. Das ist recht für ein Feuer. Ja. Jetzt will ich meinen Speer da hinten wiederholen. Nicht Bratnischmann Fisch. Verbrenn ihn bloß nicht. Mach du mal. Was hast du denn allein hingekriegt? Einfach zu den Fischen hin und wenn du in der Nähe von einem bist, einfach drauf spießen. So schwer ist das nicht. Die hauen noch dauernd ab. In der Nähe stehst du einfach draufhauen. Ja cool, ich stehe aber nicht in der Nähe, weil die hauen die ganze Zeit ab. Ja. Jetzt. Das reicht noch nicht. Und jetzt. Jetzt hast du mir drauf. Ja. Ja. Cool. Das bringt nichts, weil die müssen direkt vor mir an den Füßen sein. Mein Fisch ist nicht fertig. Hast du eine höhere Range gehabt oder so? Ich würde dir ja entfangen, aber. Ich meine. Ja, du kannst dir auch gerne helfen, die einzukesseln. Ich verstehe. Ich habe einen abgelegt. Die spawnt hier teilweise. Ich habe einen abgelegt. Ich kann einen einfangen. Ja, cool. Könntest du bitte von der anderen Seite kommen? Der andere Seite. Brauche ich nicht. Warte, ich fange meinen zweiten Fisch bevor du. Ja, cool. Dann zeig, dann zeig mir mal wie du das machst. Hier ist einer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du musst einfach nur hingehen und auf einen ziehen. Die Fische hauen vor dir ab. Verstehst du das nicht? Ich habe es doch alleine schon geschafft. Ja, wahrscheinlich, weil du Glück hattest. Gott sei Dank. Du kannst nicht mit Taktik rangehen. Da ist einer. Boah, das mit dem Fischen ist super nervig. Die spawnen hier in der Ecke sogar immer. Hm. Das ist doch richtig scheiße. Das ist doch richtig scheiße. Na komm, ich habe das doch schon mal geschafft. Ja, weil du Glück hattest. Ah, fast. Oh, hier, guck mal. Ja, cool. Hilfst du mir jetzt bitte den anderen zu fangen? Wenn du es nicht alleine kannst. Ja, natürlich kann ich das nicht alleine, weil das super scheiße ist. Kann ich dir den abgeben, den ich schon gefangen habe? Ich habe jetzt zwei. Soll ich dir noch einen dritten fangen? Nein, kannst du nicht. Ja, komm, ich gehe jetzt mit dir gemeinsam gegen jeden. Ich mache das hier mal. Du siehst, dass hier keine Fische sind, oder? Ja, komm. Ja, komm.